Ja, Hallöchen liebe Leute und Freunde der Yoshis. Wir sind jetzt bei Abenteuer Kapitel 4 Nummer 1 und werden mal das Baumhaus besuchen. Ich meine, das sieht nicht so nett aus. Und es hängt. Das Level mag mich jetzt schon nicht. Die Tropen. Baumhaus. Die Musik ist so komisch und diese Fische da unten sind verstörend mit ihren Mündern. Das macht mich fertig. Äh, wir nehmen den grünen Yoshi. Das ist wohl der Jewel Yoshi. Einfach mal, sag ich mal. Das passt schon. So. Hallo. Was bist du denn für ein Fetti da unten? Ah Gott. Warum läuchst du automatisch weiter? Hör auf, grüner Yoshi. Aufhören. Hey, Moment. Psst. Du herrschst jetzt mal der Schnauze. So. Da unten. So, es hängt wunderbar. Aber Hauptsache alle Texturen werden geladen. Ich werde wieder versuchen, ähm, beziehungsweise ich hab den Parten noch, drei noch gar nicht fertig gemacht. Das heißt, ich werde, äh, weiß nicht, ob ich das überhaupt machen kann, aber ich werde versuchen, einfach den Ton zu ändern. Also hier von dem Level. Da hört man zwar nicht mehr wie ich springe und so, von den süßen Yoshi-Sounds hört man auch nichts mehr. Ähm, aber ich werde gucken, wo der Ton geht und wo nicht und dann werde ich halt da dementsprechend die Musik einfach von dem Originalspiel übernehmen und so in den Hintergrund klatschen. Das, äh, ist wohl die beste Lösung, denke ich. Ne, das tut mir sehr leid dann, aber mein Gott. Außer es fängt sich wieder einigermaßen. Dann kann ich sagen, dann, dann ist es egal. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich muss übrigens einmal probieren, diese Dinge zu essen. Okay, passiert sonst nichts? Kann ich Feuer schweigen dadurch oder so? Genau, das ist mir im ersten Part aufgefallen. Warum ändern die ihre Farbe da unten? Das ist mir gar nicht, das ist mir nur beim Bearbeiten aufgefallen. Die ändern ihre Farbe da unten, die Shy Guys, jedes Mal. Hat das eine Bedeutung? Und was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Gibt es nicht mal so einen konkreten Levelaufbau? Oh, ich höre irgendwo gerade... Ich höre gerade... Nein, das wollte ich nicht. Verdammt, ich glaube, das war dumm. Ich höre nämlich gerade ein Herz. Warte, ich brauche dafür das Ei wahrscheinlich. Nein, oh Gott, hör auf! Aufhören, aufhören. Das ist... Uh, als ob ich es könnte. Wahnsinn. Perfekt. Dafür, also dafür, dass ich dem einen Part da in der Höhle da so gefällt habe, ging das ganz gut gerade. Ja, perfekt. Und ich bleibe mal den Rand aus wie immer, weil den braucht man nicht ganz zu erzählen. Okay. Ah ja. Alles klar. Okay. Ein Baumhaus. Tatsächlich. Das Level hält, was es verspricht und wir sind schon bei drei. Haben wir zwei Übrige übersprungen? Ich glaube, in dem Level... Au, 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 hell auf! Du komischer Spring-Scheigeil. Fatzke, warum bewegt sich der Stein so komisch? Ach, war ein Grafik-Bug wahrscheinlich. Und warum ändert ihr eure Farbe, verdammt? Das macht keinen Sinn. Autsch. Nein. Was übrigens ist die Lieblingsfrucht von dem? Ah, Melonen ist die Lieblingsfrucht von dem Standard-Yoshi. Interessant. Also, ich nenne ihn jetzt mal Standard-Yoshi, weil kennt man ja so als grünen Hampelmann hier. Die ganze Zeit. Ah, ich bin gar nicht so tief. Ich will da oben die letzte Frucht haben. Da. Genau die. Kann ich ganz aufs Dach, oder? Nein, kann ich nicht. Abgesperrte Bereich. Gibt es was, wenn ich hier alle umbringe? Äh, ich meine, esse und... Macht es nicht besser. Essen oder umbringen. Dann doch lieber essen. Äh, umbringen. Ist, glaube ich, freundlicher als essen. So, kann ich hier lang? Nein. Gut, hier sind wir am Rand. Dann laufe ich mir den ganzen Weg zurück. Aber ich möchte... Nein, ich möchte erst den einen letzten essen. Weil es kann sein, dass wir dadurch... Ah, sieh mal an. Ich wusste, hier gibt es auch irgendwelche Geheimnisse. Hundertprozentig. Als muss ich die Steine kaputt machen. Ah, sehr gut. Okay, alles da. Special Agent Wolf. Hör auf. Spiel zu Hengspiel. Bitte, hör auf. Mach mir keine Angst, Spiel bitte. Hör einfach auf damit. So, komm her. Und nichts mehr da. Okay. Gut, dann scheint hier nicht mehr viel zu sein. Wahrscheinlich so das Geheimnis, der Geheimnisse, das ich gerade übersehe. Aber gut. Dann ist das halt so. Also, ich bin für meinen Teil hier fertig. Bei dem Baumhaus. Also, zu Nummer 3 muss ich mich nicht mehr porten. Teleportatieren. Wie der Fachbegriff so schön sagt. Und wir gehen mal in die andere Richtung. Auch wenn die Schilder was anderes sagen. Hui. Yeah. Short Hop. Wie man das von Smash kennt. Der Short Hop, der gute, Alter. Ist da was? Nee, bestimmt nicht. Hallo, ne? Au. Autsch. Nein. Sag mal, wer hat euch eigentlich die Dinger ge... Warum kann ich euch nicht angreifen? Warte. Kann ich euch so runterhauen davon? Ah ja, okay. Gut, aber dann verliere ich ein Ei und bekomme ein Ei dazu. Das macht also wenig Sinn. Deswegen ein Ei abzumachen. Ah, da ist er. Nummer 2. Eine Nummer 2. Sorry, dass ich nicht zählen kann. Und Nummer 3 zuerst genommen habe. Oh, da ist eine Blase. Oh nein. Ich dachte, du gehst mit drauf. Ah, ja, ja. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Lass mich. Nein. Was passiert? Warum hängt es? Hör auf zu hängen. Ich will das Herz. Yeah. So. Bums. Oh, perfekt. Perfekt. Nein, bitte. Oh, warum falle ich den ganzen Weg runter? Hör auf. Zack. Ich muss alle in Glücksfrüchte verwandeln. Schnell, bevor die Zeit abläuft. Ah, komm da oben. Dich auch noch. Ah, komm schon. Da oben gibt es bestimmt noch einen. Da. Komm her. Uah. Sehr gut. So. Ah, da kriegen wir noch ein Herz. Ich warte mal kurz, bis es ein bisschen runtergeflogen ist. Dass es nicht verschwindet. Dass es so ein bisschen noch auf dem Bildschirm ist, das Herz. Ich, okay, ich nehme das. Komm her. Komm her. So. Jetzt ganz schnell alle Herzen einsammeln und vielleicht kriegen wir draußen noch einen Scheigai. Nein, ich will das... Achso, wir haben endlich Eier. Stimmt. Yeah. Whee. Oh. Geperlewachs. So. Hier war noch noch... War hier nicht noch irgendwie? Naja, geil. Wie finden noch andere Früchte? Ab ins nächste Gebiet. So, wir haben leider keine... Ne, wir haben keine Unverwundbarkeit mehr. Nein. Autsch. Hör auf. Bitte. Glückseligkeit ist nicht mehr fern. Nur noch eine Frucht. Ah. Nein. Bleibt mir fern. Bleibt mir fern mit euren komischen Stöcken. Ja, das könnten wir uns aufnehmen theoretisch, aber das möchte ich, wie gesagt, gar nicht. Ein bisschen weiter umgucken, was hier noch so gibt. Und wir haben ein Herz gefunden. Aha. Da ist eine Röhre. Kommen wir jetzt nur durch die Röhre dahin, oder indem wir hier diese Blöcke zerstören? Ich gehe mal hier den Weg lang. Wir werden die Antwort bestimmt noch finden. Äh, okay. Nächstes Gebiet. Ist das Nummer 4 hier? Ist hier Nummer 4 am Ende? Nein. Okay, da ist gar nichts. Alles klar. Gut, dann ab da hoch. Mal gucken, was wir da finden werden. Ich hoffe ja keine Lecks, wie jetzt gerade. Ah, die Typen. Schlemmer. Hm, lecker. Lecker Kugelwerfer. Zum Frühstück. Oder ich weiß gar nicht, welche Mittagszeit die haben. Welche Zeit die haben gerade am Tag. Okay, hier gibt es nichts außer eine Melone. Und da sind so... Die mache ich mal kaputt. Okay. Das ist echt eine Menge Sachen, ne? Eine Menge Früchte. Auch wehe, hier ist einer von denen... Einer von da ist ein Herz drin. Wehe. Wehe von einem... Einer von diesen Dingern hat so ein Herz drin. Dann raste ich aus. Warum kann man die echt nicht mit der Stammverlake kaputt machen? Oder so Mario-Style von unten dagegen hüpfen. Das geht ja auch nicht. Hm. Okay. Da sind... Ah! Da ist so eine Blume wieder. Oh Gott. Äh. Whee! Ich weiß nicht, was ich zu tun habe. Was zum Teufel? Äh. Okay. Kann ich mit dem Herz da durch? Äh, mit dem Ei? Das kann gut sein. Moment. Komm her. Komm her. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So. Nein, ich muss in die Richtung. Nein, die andere Richtung. Oh Gott. Das will. Nein. Ah. Ah. Willst du nicht? Oh Gott. Oh Gott. Äh. Nein. Nein. Wir sehen das zum ersten Mal. Das hat mich als Kind so schockiert. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Da wurde Yoshi verschleppt. In eine dunkle Festung. Und das hat mich als Kind so schockiert. Guckt euch den Ort da an. Guckt euch. Ich dachte wirklich, Yoshi wird da gefoltert. Und gequält. Und überhaupt. Und der... Warte. Die anderen Yoshis haben noch Zeit, in zukünftigen Levels zu glänzen. Wir nehmen jetzt einen alten Veteran. Und zwar den gelben Yoshi. Aber genau, genau der arme grüne Yoshi wurde verschleppt. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Wie kann das sein? Ach Mann. Vor allem, dass ich gestorben bin in diesem Spiel. Das geht doch gar nicht. Vor allem, weil es so einfach ist. Und nicht einfach den Abschluss des Levels so rauszögert. Uns fehlt dann noch eine Frucht. Andererseits möchte ich eigentlich schon irgendwie... Ähm... Möchte ich schon irgendwie die Sachen bekommen. Alle. Pass mal auf. Ich kann hier... Also ich komme ja schon mal zu der... Ah, das ist eine Röhre. Ah, Moment. Okay. 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 So. Das erklärt einiges. So, mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ich... Warte. Ah. So. Vielleicht den Moment genutzt und hier raufgesprungen. Aber ist hier was? Ja, das nur... Ah, okay. Ich weiß nicht, was da unten ist. Aber vielleicht... Ja! Halt es geschafft. Geil. Hui. Das ist unser drittes jetzt? Ich gucke gleich nochmal nach. Es kann sein, dass es unser drittes war, oder? Oder habe ich einfach nur gerade eine... Falsche war... Ne, nur zwei. Okay. Dann weiß ich nicht, wo ich dein drittes gesehen habe. Tut mir leid. Ich weiß... Ah, Gott. Nicht so schnell runterfallen, bitte, Yoshi. Nicht so schnell runterfallen. Kann ich da lang? Nein. Okay. Das letzte Herz muss hier also irgendwo sein. Ich... Äh... Bin guter Dinge, dass ich das auch finden werde. Ich versuche, den Level einfach nicht zu beenden. Es kann ja passieren, dass ich es aus Versehen beende. Was? Da unten sind... Da sind Insekten. Okay. Nein! Oh Gott! Oh mein Gott! In der Hand! Was zum Teufel? Guckt euch das an. Das wird zu einer Hand. Wie geil ist das denn? Also... Ah, ja. Warte, richten die... Zeigen die mir den Weg? Die sagen in die Richtung, muss ich... Ernsthaft jetzt? Zeigen die mir den Weg oder sagen die nur, verpiss dich? Ach, die lassen mich nicht durch! Was ist, wenn ich euren... Was? Hä? Was? Hä? Habe ich eine Frucht eingesammelt? Ich wollte eigentlich einen Bietenbau essen. Also den, den, äh... Das Wespen-Nest essen. Ich weiß, das ist keine gute Idee, aber... Irgendwie hat es jetzt als Frucht gezählt. Oder wie soll ich das verstehen? Ich habe da keine Frucht gesehen, deswegen... Gut, Level beendet. Spontan aus Versehen, ist egal. Wir finden immer nur zwei Herzen, fällt mir auf. Das dritte finden wir aber nie. Das ist leicht bitter, aber gut. Wir können auch nicht zurück. Also ich müsste den Level, äh... Ich müsste das Spiel komplett neu starten und neu spielen, um ein Kapitel zurückzukommen. Das heißt, ich kann jetzt nicht leider sagen... Leider nicht sagen, ich mache das jetzt fertig, das Level. Ähm... Das ist schon Kapitel 4, nicht schlecht. Äh... Ich kann das nicht einfach so zurückspulen, sag ich mal. Und sagen, ich gehe ein Level zurück. Das geht leider nicht. Ich muss es tatsächlich erst alles durchspielen, um alle Level zu spielen. Das ist auch anders gewesen damals. Die Yoshis entdeckten mitten im Urwald ein riesiges Baumhaus. Die Gab... Die Gabons im luftigen Baumhaus waren mehr als durchgedreht. Das sind Gabons. Sie bewarfen die tapferen Yoshis mit riesigen Eisenkugeln. Ach, die Dinger. Die haben gut geschmeckt. Die Yoshis wurden immer glücklicher, nachdem sie mit Eisenkugeln beworfen wurden. Ja. Okay. Gut. Ähm... Okay. Der Quallensee. Oh, was ist das für ein Riesenvieh, was da durchschwimmt? Das gefällt mir nicht. Ich muss sagen, ich fand so Meeresvieh da immer super gruselig. In Spielen. Da bin ich kein Fan von. Äh, okay. Der Quallensee. Ich mag auch keine Quallen. Ist das nächste Level? Ich freue mich bedingt darauf. Aber das ist wahrscheinlich der erste Auftritt unseres Dunkelblauen Yoshis. Seid dabei in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.